Guten Abend miteinander. Jeden Tag gut essen und dabei schön schlank bleiben. Das ist die Idee, die hinter den tiefgekühlten Fertigmenüs Gourmet Light von Goldstar steckt. Gourmet Light von Goldstar sind nämlich ernährungsphysiologisch ausgewogene, leichte Mahlzeiten, die nicht nur schnell bereit sind, sondern auch viel Abwechslung bietet. Erfahrene Köche haben die Gourmet Light jetzt nochmals verbessert und neue Gerichte entwickelt. Neben dem feinen Geschmack ist auch die richtige Zusammensetzung entscheidend, weil jedes von diesen Gourmet Light Fertiggerichte nicht mehr als 300 Kalorien haben darf, aber trotzdem ein Drittel der täglich benötigten Nährstoffe, Vitamine und Mineralien muss enthalten. Auch nach dem Tiefkühlen sollen die Fertiggerichte noch frisch und appetitlich aussehen. Darum wird alles sorgfältig von Hand abpackt. Das Fleisch und die Beilagen trennt, damit der eigene Geschmack erhalten bleibt. Und dank dieser neuen Verpackung, dem Südbüttel, ist Gourmet Light jetzt nicht nur besser, sondern auch noch schneller bereit, weil man es nämlich im Wasserbrat oder, wenn man einen hat, im Mikrowellenofen zubereiten kann. Mmmh, das sieht aber lustig aus. Wenn es nur immer so leicht wäre, beim Geniessen schön schlank zu bleiben. Gourmet auf jeden Fall und ziemlich light ist unser heutiges Rezept aus der Studioküche. Der Coop-Metzger hat uns 2 kg Ochsenschwanz bereit gemacht, wo ich im Dampfkochtopf etwa 50 Minuten halogar koche. Ich nehme das Fleisch raus und das warm stelle. Die Bouillon habe ich kurz abgeschmeckt und gebe jetzt fein geschnittenen Lattich rein. Und ein bisschen Ingwerpulver. Dann sollte man die Suppe kurz vor dem Servieren noch einmal aufkochen. Für die Sauce, Sesamsaume in einer Teflonpfanne ohne Fett goldbraun rösten. Dann mit gehackten Zwiebeln, frischem Knoblauch, Sojasauce, Sojaöl und verschiedenen Gewürzen mischen. Das Fleisch wird nach der Suppe mit dieser Sauce und frischem Brot serviert. Auf Koreanisch heisst unser Rezept Goury 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 Goury. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein gold Butterzopf 400 Gramm statt 2,90 nur 2,30. Und 650 Gramm statt 4,30 nur 3,40. Und zweieinhalb Kilo Traktasche Nikola Herr Töpfel gibt es für nur 2,20. Zum Schluss noch einen aktuellen Preisabschlag. 500 Gramm Gala 3 Eierspagetti kostet statt 1,30 nur 1,10. Auf Wiedersehen!